Okay, müsste es passen. Hallo Leute und willkommen in Clash Royale. Ne, in meinem Let's Play zu Clash Royale. Mit dabei sind diesmal 300 Leute, äh, zwei Leute natürlich. Und zwar zum einen The T-Gamer. Hoi. Und zum anderen unser Experte von gestern. Hallo. Eins und eins. Okay, wir werden jetzt erstmal abwechselnd Dubocämpfe machen. Dann eventuell werde ich versuchen, ein Duell zwischen den beiden mal zu arrangieren. Da beide ja sehr gut sind. Besser als ich wahrscheinlich. Ja. Ich kann meinen Account gerade mal für 15 Euro verkaufen und ihr eure wahrscheinlich für 50. Ich werde nicht tun. Nochmal so nebenbei. Immerhin meine Energieleistung ist voll. Immerhin. So, Max schaut uns zu und wir haben damit einen tollen Zuschauer. Und direkt den Zunterstört. Okay, doch nicht. Okay, bei mir gibt es gerade mega lag hier, alter Verwalter. Komm, mach es weg. Nice. Das liegt am nicht am WLAN. Das liegt an deinem Handy. Das liegt daran, dass er gerade full house war. Der Magier war eh schon so gut wie tot. Ich versuche, den X-Bogen aufzuladen. Ja, was wollen wir jetzt? Die X-Bogen müssen weg, damit der X-Bogen den Tormang greifen kann. Ja, das hat sehr gut geklappt. Ja, ja, ja. Oh, ich brauche den Knall, ich brauche den Knall, ich brauche den Knall. Puh, das hat der nochmal ganz rausschaut geklappt. Komm, 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 mach weg, mach weg. Okay, nice. Ja, easy. Der Torm ist wahrscheinlich bald weg. Naja. Und? Ja, das war natürlich sowas von klar. Jetzt reicht es mir ja. Feuerbälle habe ich übrigens auch. Oder einen Feuerball zumindest. So, jetzt holen wir uns die Torme. Ja. Ja. Was, die Torme sind da vorne. BAM! Aufhören. Okay, ein Ritter hier dahin. Und ein paar Kobolde. Achso. Okay, okay, na. Ja, ja, passt. Achso! Und da ist der nächste Bogen gut. Ach nee, was ist denn das für eine Scheiße hier? Oh, klar. Ich glaube, wo die Kobolde sind. Okay, das war ein bisschen. Das musst du mal rechtzeitig machen. Ja, komm, du hast das Ressensgeld ablenken. Ach, schade. Okay, wir haben zwei Kronen. Das ist schon mal gut. Und jetzt nur noch der Sieg. Mach Magie weg. Nein. Egal. Ja, passt, passt. Ja, cool. Jetzt kann alles hin, was geht. Rechts. Sie haben natürlich einen Punkt erlangt, aber... Ich sag mal so, der nützt Ihnen jetzt auch nichts. Wo holt ihr die Feuerwehrs? Nee, den Torm kriegt der nicht. Hä, wo hast du jetzt hingeknallt? Zu den Skeletten, ja. Und der Kumpel ist vorbei. Ich glaube, es knallt gleich. Wir werden natürlich noch ein Spiel machen. Ja. Und aufgrund meiner Speicherplatz müssen wir gucken, ob wir noch einen dritten Kamp schaffen. Ohne, dass die Aufnahme kaputt geht. Ja. Ohne, Bäm, Bäm, Bäm. Dann gehe ich halt auf die andere Seite. Nein! Ja! Okay, doch nicht. Der Magier... Der Magier macht Scheiße. Also, ob... Und das war's mit den Skeletten, natürlich. Ja. Gut, die paar Skelette werden jetzt auch nichts hier anrichten. Wir haben denen aber bis jetzt noch keinen Schaden gemacht. Oh, bitte. So eine Scheiße mit der Scheiße hier, ey. Scheiße, nein, nein. Nein! Scheiße! Soviel zu meinen Ausrastern. Ja. Das gefällt... Also, irgendwie wollen die uns nicht an ihren Traum ranlassen. Ja. Ich glaub, was, wir sind... Ich brauchst wieder X-Bogen. Ja, ich kann auch mal ein X-Bogen holen. Oh, bitte setz jetzt nicht dazwischen! Zwei Skeletter-Mänen und... Alle weg. Ach, klar, okay. Das haben die sehr gut vereidelt, die Schweinebacken. Das haben wir verloren. Und... Oh, der hat kein Inferno mehr. Der hat kein Inferno mehr. Der hat kein Inferno mehr. Nein, Maul halten. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Es sieht so aus, als hätten die Gegner gewonnen. Außer, er kriegt das noch hin. Ja. Ein Unentschieden. Ja. 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 Oh, die beiden Maja, die könnten es schaffen. Und damit ist der Turm down. Scheiße, ja. Okay, an dieser Stelle endet auch erst mal die erste Aufnahme. Wir sehen uns in der nächsten zweiten Sessionaufnahme hier. Dann wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.